Hallo und herzlich willkommen. Sie sind mobil unterwegs und selbst Ihre Kinder haben bereits ein Handy. Sicher kennen Sie auch die gesetzlichen Strahlenschutzwerte, die uns vor schädlicher Handystrahlung bewahren sollen. Doch es sind gar nicht die hochfrequenten Strahlen, die Ihre Ohren glühen lassen. Schulmedizinische Langzeitstudien belegen, Elektrosmog kann zu Problemen führen wie Müdigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und so weiter. Aber deswegen ganz aufs Handy verzichten? Sicher nicht. Auch Kopfhörer sind keine Lösung, denn sie verschleppen nur das Problem. Da gibt es doch diese Schutzhüllen und Schutzfolien, die die Sendeleistung reduzieren sollen. Allerdings drehen die Handys dann automatisch die Leistung höher und die Strahlung auf die Kopfregion verstärkt sich. Wie schon gesagt, die hochfrequente Handystrahlung ist gar nicht so gefährlich wie bislang angenommen. Durch zahlreiche Studien belegt sind es die niederfrequenten Strahlen, auf die unser Körper reagiert. Wir nennen ihn den athermischen Effekt. Diesen gilt es zu entschärfen und genau das leistet WaveX. WaveX ist die weltweit einzige Technologie, die mobile Kommunikation für unseren Körper verträglich macht. WaveX bietet Ihnen Schutz vor hochfrequenter und niederfrequenter Telefonstrahlung. Das bedeutet, mit WaveX können Sie bedenkenlos kommunizieren. Feinfühlige Menschen spüren die wohltuende Kompensation sofort. WaveX ist nicht vergleichbar mit handelsüblichen Produkten, die lediglich den Strahlenschutzwert reduzieren. Entscheiden Sie sich jetzt in WaveX. Macht die mobile Kommunikation für Sie und Ihre Lieben verträglich. WaveX ist ein zuverlässiger und permanenter Strahlenschutz. Und zudem ist WaveX extrem preiswert. Mit WaveX fühlen Sie sich rundum sicher und müssen sich keine Gedanken mehr über gefährliche Strahlen beim mobilen Geräten machen. WaveX. Innovative Technik, die wirkt. Nutzen Sie WaveX im Beruf. Und natürlich auch in Ihrer Freizeit. Für sorgenfreies Telefonieren. Holen Sie sich direkt das beruhigende Telefoniergefühl für die ganze Familie. WaveX. Eine gute Investition. Also, worauf warten Sie? Bestellen Sie jetzt! Jetzt!